So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Destiny 2 Ich habe mir noch überlebt nochmal 2 Loot und Levelfolgen reinzuballern damit wir Ultimativ sind wenn wir uns den großen Macker stellen Schautgewehr Schausschützengewehr Nehmen wir schon voll? Kann man nämlich Level 20 uns das holen? So, was ist du denn zuerst? Hey, hey, wie geht's deinem Clan? Lass nochmal mit meinem Clan, Mann! Wir haben ja letztens uns die Rüstung geholt hier aus meinem Lager und wir haben uns Futter geholt So, und jetzt gehen wir die Tarn Oh! Ich hoffe, da sind welche weil Destiny ist aber einkontaktiert Wurde gesagt, wieder Die gehen nicht so lange Die folgen Das war ja 20 Minuten Das soll ja auch nicht so lange dauern In der 18. sind wir ja Balle Komm Aber da sind welche Dann kann man nämlich gleich loslegen Ansonsten Kann man ja auch mal auf den Nexus gehen oder auf den I.O. Wie das heißt Und da sind wir Und da sind wir Oh! Und rein! So kommen Signale über Scharrritualaktivitäten, Hüter Willst du? Du hast es ja schon mal damit zu tun Die lieben diesen Ort wohl richtig Die Schar benötigt vollkommen stimmige Konditionen für ihre Rituale Mach doch mal Schaden, Mann! Mach doch mal Schaden, Mann! Äh, ich geh mal noch rüber Ach, nur einer Okay Geh weg! Geh weg! Ah! Es wird auch mit dem hier Und noch sind Hüter und Hüter Hüter oder die andere Seite Hüter Ja, genau Äh, ich brauche Minitionen Minitionen, 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 Minitionen Ah! Ich dachte, du rückst ja mehr, Mann! Oh, siehst du da viel, nämlich Verschlagen Ja? Neuer Tag Neuer Ritter Tja Eine weitere zermürbende Niederlage für die Schar Ich habe bei deinen Siegen nicht mitgezählt, aber ich weiß, es kommen noch mehr Rüstung, naja, Rüstung brauchen wir eigentlich nicht so Wo ist denn die Kiste? Da? Warum sind die da? Ja? 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 Warum? Na ja, erst mit Kranaten werfen und dann sich was stecken, das sind die Richtigen. Oh, da kann man was einsammeln. Na ja. Hm? Den Rücken. Der Ritter da hinten. Ah, ist gut. Der Ritter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 2.209 Okay Okay, jetzt geht's los Okay Hüter, die Gefallenen bringen ihre Waffenkammer her Schon wieder Man sollte meinen, sie wüssten es mittlerweile besser Okay Und erledigt So Oh, ist aber was für mich Oh 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 Und erledigt Oh So Weckring Ich schieb drauf und wir können weggehen Okay Okay Es waren alle Waffen Es waren alle Kanonen Du weißt, was das bedeutet Ja Ja, jetzt kommt noch einer Oh 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 Mich verlebt ja auch keiner wieder Oh 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 Jetzt wird's aber langsam Oh 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 Oi dann gucken wir mal na spring doch nicht runter so gucken wir mal ein was muss das ja ausweichen runter abzugeben sie ist los so jetzt können wir nur warten die verbesserte erholung hält weg da warte mal erst mal sehr schön Maschinenpistole Rüstung normalic bist du mal ruhig bitte ich hab mir zu tun das machen wir noch schnell wenn da jemand ist heißt es kampfsockers in aneo und 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 Ich habe noch ein paar Kisten, aber ich habe noch ein paar Kisten gekauft. Gucken wir mal, ob jemand kommt. Da drin ist ein Gegner. Was sind mal denn die da drin? Hey du Ratte, hat er das erlaubt? Come on! Was ist das? Was ist das? Ja, das ist ja, Mann. Das ist eine Lena. Total destabilisiert, erreicht. Oh my god. What are you looking for? Nicht hier drauf gehen, wir werden noch alle gebraucht Was ist denn da? Explosionen über Explosionen hier What? Hallo Misty Neu dummen Frauen Das ist eine zermürbende Niederlage für die Schar Ich habe bei deinen Siegen nicht mitgezählt, aber ich weiß, es kommen noch mehr Ach, da hinten ist die Kiste So, wir sind Level 19 So Stellen uns hier hin und dann Ist dieser Part erstmal vorbei und dann kommt noch ein Part Mit Leveln und Looten Abgeben kann ich nicht Bist du bereit loszuziehen? Pulsgewehr 200 Natürlich Nächstes Mal hätte ich gerne eine Geheimbasis aus einem trockenen Planeten Ja, ja, ist der gut Ah, schon besser So Das war's für diesen Part Wir sehen uns beim nächsten Part Haut rein Und tschüss